hallo ich bin's und ja erstmal so ein kleines zwischendurch video und ich wollte mich erst mal ich wollte mich bedanken bei meinen abonnenten ja es hat auch damit zu tun dass wenn ihr mich abonniert dann zeigt ihr mir dass ihr mich mögt auch wenn manchmal ein paar videos kommen die vielleicht nicht so aber dafür ist ja das internet da dass man seine meinung äußern kann und seine kritik auch darin rausschreien kann kann und ja was ich demnächst vorhabe das will ich mal zeigen übrigens ich habe keine hose an ja es ist dunkel bei mir ja ich weiß wenn wir nämlich gerade eine glühbirne durchgebrannt und das nächste projekt ist ja seitenverkehrt sieht man bestimmt der last of us der erste teil und dann wollte ich noch an chart 3 weil ich diesen teil schon durch hat für die ps3 ich brauche nur noch den adapter dafür und leider habe ich bei diesem spiel die falsche version geholt denn das ist die move edition und ich und da mein controller irgendwie nicht so anspricht geht das nicht also ich kann den schütteln weil der kabel gebunden ist deswegen es geht ja darum den controller auf und ab zu schütteln das war mein zwischendurch video freunde damit ihr wisst was bald kommt wenn ich öfter mal darüber sprechen soll was ich so vorhabe würde mich freuen wenn es euch gefallen hat bis zum nächsten zwischendurch bis denn bin erst mal weg tschüss bis zum nächsten mal weg